Moin man Leute, herzlich willkommen zurück bei Trouble in Terrorist Town, Julie, Maxi, Tau Tau Dalu, Fisk und Kunran sind heute mit dabei und Julie stirbt jetzt gleich in 10 Sekunden. Hallo! Wer? Da, Fisk beobachtet uns. Alle kommen, oh mein Gott! Haut Grants, haut Grants um! Haut mich direkt! Direkt! Er wollte mich töten! Anfangs lag! Anfangs lag! Oh, Julie ist grad in der Wand verschwunden! Anfangs gag! Biscus Traitor. Biscus Traitor. Biscus Traitor. Grants hat ne Brands gewohnt. Biscus Traitor. Hey, Kunran Hopp ist zum Sprint angesetzt. Prügelei! Prügelei im Haus! Seht nicht, oder? Prügelei! Er ist abgehauen! Er ist abgehauen! Hier oben wird gebrügelt! Hä, was? Ich bin das. Prügelknabe! Dalu ist es! Im Flug, den erwische ihn aus! Ha! Ich hab ihn! Ich hab ihn noch erwischt! Ich bin auf dem Baum gelandet, ey! Ey, wer wollt mich da grad töten? Fisk! Was? Den verprügel ich. Verprügel mich mal. Was ist das jetzt genau passiert? Ich hab Fisk geschlagen, dadurch wollten Dalu und Fisk grauen. Ich bin weggerannt. Die haben auf Grants eingeprügelt und Grants hat Dalu getötet. Vielen Dank. Die haut mich! Die haut mich! Ey! Du hast grad geschossen hier. Die haut mich! Geht weg! Ja, wenn du hier mit Boomerang vermedelst! Wieso? Du bist auf dem Baum gelandet? Ja, ich bin auf dem Baum da vorne. Siehst du den? Ein Baum im Garten? Ne, auf dem bin ich gelandet. Ne, da hab ich nie so schön abgeschlagen. Ne, hab ich glaub ich nur 50 Schaden oder so genommen dadurch. Komm mir doch gleich Spanisch vor, dass der Fisk da nichts gemacht hatte. Espanol. 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 Aber das kommt doch Japanisch vor. Was ist, wenn man da in den Keller geht? War das eine Falle? Ja. Ja, war alles voll. Komm in mein Keller, Juni. Eine Todesfalle. Gibt's Süßigkeiten? Oh ja. Ich kauf grad einen. Nein, du hast ja viele Todesfallen. Gibt's auch gar nichts im Keller. Auch Kina hast's. Kinas gibt's im Keller? Da tode ich. Ja. Ich wollte aber Fisk treffen. Guntmann ist's egal. Guntmann ist's egal. Ja, 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 aber ich wollte ja auf Fisk schießen. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich hab einen Trailer gekillt. Ich hab's beobachtet. Ja, jetzt ist es wirklich ein Traitor, musst du nur noch ihn identifizieren. Ja, kommt dran. Ja, kommt dran. Deswegen war er kommt aus einem Garten, weil er keinen mitbekommen, als er im Job war. Aber Grants musste dran glauben. Grants hat Grants erschossen, darauf habe ich Grants erschossen. Achso. Hat er diesmal anders gehandelt als sonst. War das wirklich Grants? Alles klar, den knurrlichen Erben. War mir suspekt. Suspekt, also. War so nicht. Oh, Red Bull, du kannst dreimal springen, Judy. Spring, spring, jawohl, du bist so hoch. Mach nochmal. Danke. Ja, hallo. Du kannst dreimal springen. Ich habe mir den Fuß gebrochen. Wenn du nochmal springst, heilst du dich. Das hat Fisk in der Hand, die Crowbar. Ja, Tautau hat, glaube ich, Stäbe in der Hand. Kann das sein? Nö. No, ein Lemonade. Tautau ist es, er rennt da draußen rum. Knapp-Diener, ich lade. Ich buck zu. Leider nicht auf deiner Seite rausgegangen. Schon tot, Fisk? Nö. Das ist gut. Hörst du keine Musik, Fisk? Nö, hast du mich auch nicht getroffen. Verdammt. Das wäre schon lange zum Schneemann geworden. Wuhu. Ich habe ihn entdeckt beim Friedhof. Beim Friedhof, da gehört er auch hin. Beim Gefriedeten? Nö. Ah, verdammt. Nice. Habe ich Kunran direkt überführt, ey. Gut, Maxi. Ich habe das allerdings in der Tat nicht mitbekommen, dass du mich getroffen hast. Weil du im Shop warst, oder? Sieht man ja, das rote, das rote Symbol nicht. Warte, also wahrscheinlich, ich muss es übersöhnen haben. Ich habe mich irgendwie auf die Aufnahme geguckt oder so, auf die Freightened-Seite. Eventuell, glaube ich, vielleicht gerade zum CS geguckt. Kann den Stream nicht sehen. Öffnet sie nicht, Alter. Du musst du Stammgast sein. Schaut auch gut aus für deine Goldmedaille. Ich bin nicht am Shoppen, ich gehe auch mal hin und auf Twitch. Ja, ja. Wir müssen die Sicherheitsvorkehrung trotzdem treffen. Wer hat sich so Ausreden einfallen lassen? Ich glaube, Fiskus ist. Gänz hat geschafft. Was macht ihr im Stau? Ich habe schon lange geschafft. Gänz hat geschafft. Dieser böse, böse Mann. Der ist blau. Hey. Immer blau. Ich glaube, es ist Fisk. Nein. Au, Ingelehr, wenn es Stuhle in der Gäste ist. Wenn Maxi nein sagt, muss das ja wissen, was heißt er ist. Nein. Jetzt ist der Vivian. Der gefällt mir nicht. Der muss weg. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt sagt Maxi da auch noch. Ich wollte es nicht hier rein. Nein. Was ist der Auto? Ist es? Sieht sie? Da, da, da. Er hat gesagt, du solltest nicht da sein. Das soll wollen. Wo ist er denn? Wer? Au, Tau. Deswegen, wer schießt sie drin? Wer schießt sie drin? Du, 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 du. Trau ich nicht? Die Adams Family? Du, 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 du. Maxi, geh weg! Wow! Tau, Tau ist es, Freize Machschuss. Detective Befehl Du hattest doch Dalu ist bei mir im Dead Ringer Ich will meinen Bumerang erst wieder haben Renz Dalu ist Wo liegt der? Da, er ist bei dir Er ist hinter dir Und der andere ist Tautor, Leute Vergesst es nicht Hey, das gibt's ja nicht Oh Gott, Märtyrer Oh, da liegt der Bumerang Ich hab ihn die ganze Zeit gesucht Was ist der Hanno denn jetzt? Au Der Camper hat gewlauert Hatte ich ihn nicht mehr gesehen, als er da unten Na, der ist in das Grab rein Ich hab gesehen, wie er da reingeklettert war Und dann bin ich ins Haus Der ist dann direkt wieder rausgegangen Der hat das noch als Verwirrung genommen Ich bin ihm hinterher Du hast die Lemonade überlebt Ich bin einfach schnell in den Gang gesprungen Ah Hab gesehen, wie du die geworfen hattest Ja, ja, ich hab sie ja sogar sogar auf dich geworfen, oder? Ja, ja Und da ist ja der Geheimgang, den hat mich abgehauen Ach so Das hier liegt Blut wieder, wer hat geschossen? Superdisco für McFly Äh, ist schon wieder? Fiskrat gekauft Wo ist er? Ja, wo ist er denn? Ja, wo steckt er denn? Hab ich ihn? Fiskrat nicht gekauft? Kundran eskaliert einfach So geht's ja wohl nicht, Kundran Oh, hier ist mir das Ganze Was, oder was Grants? Hey, wo? So muss ich meinen, jetzt Zu spät Verzeihung Das passt Jeder hat was geplantet Ich glaube, irgendwas wurde abgelegt Blitz, Maxi und Tautau Ein Ei abgelegt Maxi und Tautau, Leute Tautau ist draußen Ah, das sind die roten Dinger, die fliegen. Max, hier ein Tautau, du die schieß! Das ist Blitz! Machste alle! Wie viele leben denn jetzt noch überhaupt? Nicht mal so viele, oder? Ja, die beiden sind's. Wer denn? Also Maxi und Julie. Ja, da ich geblitzt habe, du Dete bist und noch zwei Leben. Ja, du bist safe. Und von den identifizierten keiner... Ist noch keiner gedingelt, stimmt. Ach komm, das ist alles. Schön. Nein! Doch. Ruf auf Grants. Oh, das hast du aber gemeint. Gib das hier erstmal hier. Auch ein Ei abgelegt. Das sollst du dir jetzt nicht gefallen lassen, Julie. Nächste Runde musst du mal auf dir jetzt... Genau. Kommt was zurück. Genau. Geflogen. Kommt ne Taube, geflogen. Er hat 50% gehabt. Ja. Wen hast du nochmal gesagt eigentlich? Mich und... Genau. Julie. Oder? Oder war's McFly? Ja, bei McFly war's. Genau. Julie hat aber da überhaupt geknallt. Ja, anstatt Julie auf Taube schießt. Tschüss. Geh da rein, ja. Geh da rein, ja. Geh da rein. War gut. Das war gut. Taube ist es. Taube ist es. Taube ist es. Jemand in die Melone gelaufen. Angst, dass ich erschossen wäre eben in der Runde, weil ich wieder in Inno getötet hab. Maxi... Da hat die Melone... Kuntmann schießt auf mich. Willst du schon wieder durchziehen? Kuntmann nimmt sich doch mal Zeit. Der ist es nicht. Ich lag schon wieder auf. Alter, wieso knallst du nicht mal die Leute ab? Der ist halt richtig aggressiv. Kunran, ey. Das hat er bei mir auch schon früher mal ein paar Mal gemacht. Er hat nichts gemacht. Trigger-happy Kunran. Er hat doch gesagt ... Du musst ja auch nicht mal kochen. War das real? War eigentlich zu schnell. Nee, das war aber jemand anders. Dann warten wir mal, ob noch was kommt. Bisk hast nicht getestet, ne? Ich hab getestet, aber ich glaub, das war zu schnell. Obwohl... Das war zu schnell. Ey, der hat doch gleich einen Boomerang und dann sind wir tot. Ja, toll. Und Juli? Dann ist ... Dann ist Maxi jetzt safe, oder wie? Und Juli ist wahrscheinlich schon tot, wenn er es range angezeigt wird. Maxi muss safe sein und Juli muss ... Es war ja auch just a prank. Aber Juli ist schon range angezeigt. Das heißt, sie ist wahrscheinlich schon tot. Vermutlich. Blitz, Tau, Kunran. Ja. So sieht's aus. Sind sie da? Ist Kunran? Im Blumen-Shop. Und hinter uns. Der war beim Pferdestall. Der Pferdestall. Der Pferdestall ist tau-tau. Ach. Geht mir schon hoch. Jo. Wie immer. Da? Ist das noch Credits? Schlinge? Oh ja. Wunderant war gerade noch im Haus irgendwo. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Ah, geh weg. Ach ne. Ah. Hinten beim Friedhof war da gerade kurz. Wie ist das halt denn nicht mehr? Was ist das denn? Der Pferdestall ist weg. Wow. Achso. Darf ich eigentlich wieder reden? Das ist langweilig. Das ist ein Icon Fisk. Auch das seh ich nicht. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hast du jetzt? Was hast du getan? Triple Jump, ich bitte Blue Ball. Bulla Ball. Wofür mach ich denn den Call hier? Aber guter Platz. Richtig. Aber gut, also wenn du das erstmal nach mir geworfen hast. Das war richtig geil. Der ist direkt vor meinen Füßen gelandet. So pff. Oh. Gut gespielt, Kunta, muss man sagen. Naja, Grins hat mich ja trotzdem geblitzt. Jaja. Ne, waren ja die einzigen beiden. Weil Maxi musste ja eigentlich safe sein und dann musste ich mich ja auch safe machen. It's just a prank, bro. Prank, bro. Das hat leider die rote Julie erwischt. Das ist ein soziales Experiment, Julie. Was machst du, wenn ich dich jetzt abballere? Bin ich asozial zu dir. Da hinten, wer macht denn da so eine Faxenteil? Da auf die Hälfte müssen immer ganz unten sein und der ist irgendwie so ein Zeichen mit Treten oder so irgendwie. Ja, ja, ja. Ich weiß schon wie das aussieht, aber du ist nicht da. Okay. Du bist nicht mehr. Ich war am heutigen Abend, weil du noch nicht datet, deswegen kann ich dir meinen Stamm. Ja, aber jetzt bist du Traitor. Ne, bin ich nicht. Okay. Ich war vorher als zwei Runden Traitor. Der ändert ja nichts. Wahrscheinlich damit ändert es ja nicht. Und wann? Ah, zu folglich. Guten Tag. Guten Tag. Ob ich wickel, wickel, wickel mach? Wickel, wickel, wickel? Hab ich nicht. Wer ist? Was? Ach. Ach, Fiskat. Ah. Okay. Au. Mach sie hier. Lass mich doch mal. Wer schubsen mich hier? Was ist denn hier hinten für eine Party? Hallo wie ein Party. Weinen den Friedhof. Friedhofen Party. Maxi rennt weg vom Friedhof. Ist aber sicher hier hinten. Fiskus. Jetzt sagst du. Grants haut ab. Er haut ab. Ich hält ihm am Boden. Fiskat ein Radio. Ich hab Radio. Hast du die Lade, du? Hey, ich wurde geschossen. Hau. Oh, wer dich ist angeschossen. Wer ist dir entgegengekommen? Judy. Ja, sie ist es. Sie hat ein Ding getrompt. Ein Boomerang. Ach so. Ich hab getrompt ein Boomerang. Okay. Heiliger. Hattest du noch Punkte, Fisk? Kannst du uns heilen? Äh. Ja. Die Heel Station. Ja, mach. Bitte. Kann ich nicht. Ich wurde gerade angegriffen. Wirf die Saw weg. Ich hab was auf. Ich hab was auf. Ja, dann wirf die Waffen weg. Alter. Hey. Ich hab's da drauf. Ich hab's da drauf. Na ja. Schnell. New Station. DALU hat wen angeballert. Nein. Nein, oder? Nein. Er ist nur ein Troll. Ist jetzt einfach die Scheiße. Ist die Kacke? Ist die weg? Ja, ist die weg. Ach Gott. Hier, kriegst du noch ne Insti. Hey. Nicht nach mir werfen hier. Ach, Grahans. Wie hat er das denn überlebt? Der Bengel aus Australien. Dueliert euch. Du bist doch überhaupt nicht Dete. Aber ich bin Indoor. Weil ich hab Julie getötet. Aber das war doch so random. Julie hat gar nichts gemacht. Oh. Yes. Also zwei Bunker ist's? Ne, er hat auch einen geworfen. Tschau. Tschau. Tschau.